Königin Camilla, süße Überraschung für Prinzessin Kate. Sie wird begeistert sein. Nach Prinzessin Kates Krebsdiagnose äußert Königin Camilla sich nun erstmals in der Öffentlichkeit darüber. Und sie hat eine kleine Überraschung für die 42-Jährige parat. Normalerweise halten die Royals sich mit persönlichen Informationen zurück und überlegen ganz genau, was sie mit den Fans teilen wollen. Vor wenigen Tagen hat Prinzessin Kate, 42, ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Um dadurch ganz bewusst die Spekulationen zu beenden, die seit ihrer Bauchoperation im Netz kursierten. Nun muss auch der Rest der Familie den Fragen des Volkes nicht mehr ausweichen. Bei einem Auftritt in Schroesbury hat Königin Camilla, 76, sich nun sogar zu einer süßen Aussage über Kate hinreißen lassen. Genesungswünsche für Kate Die Prinzessin von Wales ist von all der Unterstützung, die sie seit der Bekanntgabe ihrer Krebsbehandlung erhalten hat, begeistert, verrät Camilla während ihres Auftritts. Von einem Fan lässt sie sich sogar ein Plakat in die Hand drücken, auf dem übersetzt senden sie Kate unsere Liebe steht. Sie wird begeistert sein, schwärmt die Königin und hält die süße Botschaft in die Kamera. Während Kate sich bestimmt sehr über die Liebe ihrer Fans freuen dürfte, scheint auch Camilla endlich wieder lächeln zu können. Ihr Ehemann König Charles, 75, hat ebenfalls eine Krebsdiagnose erhalten, wird sich allerdings in dieser Woche wieder öffentlich zeigen und den Ostergottesdienst in Windsor besuchen. Ein Zeichen dafür, dass es ihm besser geht? Man kann An es nur hoffen 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 An es nur hoffen